Ich hab grad festgestellt, dass ich Menschen nicht ziemlich gut kenne, aber das ist nebensächlich, ähm, hm, nein, ich geh jetzt mal ein Risiko ein, das ist das erste Mal sein bis jetzt, Skelett, Zündenfisch, komm schon, der wird doch noch irgendwo lebt, so ein Sumpf, Sumpfwasser, äh, auch richtiger Sumpf, das ist gut, ein Sumpf ist häufig leben, da haben wir doch leben, komm schon, 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 oh nein, Ich dachte, irgendwie ein Skelett, was zum Schrei und ähm, au, au, okay, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin, ich bin, nicht Skelett, Skelett, oh, oh, haha, aha, 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 okay, das wird sich jetzt schon sehr schwuchtlich, ähm, Nein, 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 ne, ne. Ne. Tön, 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 tön. Ja! Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Habe ich schon erwähnt, dass es knapp war. Mhm. Wow. gut ich dachte sich geht leicht drauf das noch hier denn das brenner und das noch hier sicherheitsgründen dem ist ja doch drauf gehen sollte man sich ja nicht hoffen will aber ich werde ich dachte jetzt hätte ich schon genug um ihn steine kohle ab ich dachte im sehr wehrwulf zu sein weil ich mir lieber noch ein paar fackeln nochmals 20 sollten hinreichen ausreichend natürlich ist es unnötig 20 fackeln ein nippel zwei nippel drei nippel raum das war der kraft zahlen von der sesam straße parodiert in family guy maxx freund bei mir mein betrachten stein warte nein 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 verdammt ich habe nicht mal die Senderanimation gesehen was soll´s nein nein ich will nicht sterben ich will nicht sterben sterbt, 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 sterbt oh natürlich ist das der Schwert sie kommt davon wenn man nicht sieht dass man Waffen hat Gut, die 8 kann ich einschmelzen. Die 3 habe ich jetzt für eine Hacke. Ansonsten mache ich das Teil einfach mal kaputt. Kaputt. Ich gehe putt. Ich gehe putt. Ich gehe putt. Ich benutze sie zum Jagen. Die ist auch richtig kaputt. Ich kann mir einen Steinhacke bauen. Kommt, ich hält noch 8 aus. Kann ich mir noch einen Schmied bauen. Wie viel haben wir jetzt? 17. 18. Oh, verdammt. Was war denn das eben? Das ist gut. Ist das ein neues Geräusch, wenn die Dinge kaputt gehen? Oder wieder was? Oder wieder was? Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Gut. Ein Schmied. Und ich glaube, ich kann sogar... Ich habe noch genug für noch eine Schmiede und noch eine... Na, ja, habe ich. Falsches Ding. Hiervon brauche ich jetzt noch 2. Da kann ich mir auch schon direkt einen Stein an den Hacker bauen. Getting Upgrade, ne? Achievement. Getting Upgrade. Construct a better pickaxe. Taken. Einen Moment, bitte. Ich habe übrigens vergessen, dass die Zeit weiter läuft, wenn man das hier angemacht hat, dass ich auf Escape drücken muss. Oh, das ist nicht eigentlich gut. Nun gehe ich mal Schweine jagen. Hoffentlich sind wir immer noch so zahlreich vertreten. Ja, da tenden sie sich an. Mit uns sehe ich 2 und da tenden sie sich. Komm schon, ich überlebe das. Ne, Hölle. Verdammt. Das ist Schweine. 3. 4. Du wirst mir nicht entkommen. Aber ich krieg habe keinen Schmocker. Nein, Creeper. Nein, Creeper. Oh. Oh, verdammt noch, ne, Creeper. Ich hoffe, dass hier kein Creeper-Spawner ist. Oh, Eisen. Ich habe die Eisen mit mir gesprengt. Oh, ich habe hier einen Stein. Hier kann ich ja die Eisen einfach abbauen. Creeper. Das wird jetzt knapp. Das wird jetzt sehr knapp. Das wird jetzt sehr knapp. Ich will nicht sterben. Aber das Schwein will nicht sterben. Und das Schönchen will nicht sterben. Nein, 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 zompeten. Wo ist zompeten? Ich hätte jetzt so gerne noch ein Schwein. Ich fürchte... Ich fürchte... Ich fürchte... Ich brauche direkt das Fleisch nachgekommen. Das fressen... Oh, das wird nicht gut. Das wird nicht gut. So hoch, so hoch, so hoch. Das Glas brauche ich jetzt. Was gründet das mitgräber? Das ist das letzte. Das schaffen meine Berechnungen stimmen. Meine Berechnungen stimmen. Das ist das, die wir uns dann stellen. Das ist das. Das ist das. Das ist das, was ich jetzt mache. Und dann ist es noch verdammt. Das war die Waffe, die wir uns gestellt haben. Das ist das. Schinken. Schinkenheil. Zwischen wieder Nacht. Ich beiß hier erst mal das Eisen ab. Hier ist viel Eisen gegeben. Und dann mach ich ne Aufnahmepause. Das Eisen. Da kommt doch noch was. Hier war doch alles voll mit Eisen. Wohl nicht. Hab ich mich wohl geirrt. Hier. Ich glaub das oben war unnötig. Gut, dann Eisen 2 geb ich ab. Einen einzelnen Block schmelze ich gleich ein. Und schon haben wir uns das erste bisschen Eisen gemacht. Aber das haben wir uns jetzt noch nicht gemacht. Und ich sag daher bis zum nächsten Mal. Tschüss.